Du schaffst es mittlerweile immer wieder aus dem Keller. Doch danach sehen deine Runden eher so aus. Dann bist du hier genau richtig. Jetzt erfährst du nämlich wie man Ausgänge öffnet und damit die Freiheit erlangt. Jeder Karte unterteilen sich die Ausgänge in vier Kategorien. Einen Straßenausgang mit Generator. Den Hinterausgang mit einer Autobatterie. Der Sicherungskastenausgang. Und die Ventilausgänge. Straßenausgang ist durch einen Generator geschützt. Dieser kann durch Beschädigung vom Opfer deaktiviert werden. Aber er kann von der Familie wieder gestartet werden, um den Strom wieder zu aktivieren. Ob der Weg frei ist, seht ihr wenn die Ampel grün leuchtet. Auch der Hinterausgang ist wieder durch eine Stromquelle, dieses mal eine Autobatterie, gesichert. Zuerst müssen wir dazu den Strom von der Autobatterie trennen. Danach muss jedoch immer noch das Schloss mit einem Dietrich geöffnet werden, um erfolgreich zu entkommen. Auch hier können Familienmitglieder wieder den Zaun unter Strom setzen. Ob ihr entkommen könnt, seht ihr wieder am grünen Licht. Und auch bereits aufgeschlossene Tore bleiben offen. Hier müsst ihr nur auf den Strom achten. Für den Sicherungskastenausgang wird davor schon einen Gegenstand benötigt, nämlich eine Sicherung. Sobald ihr diese gefunden habt, sucht nach so einem Sicherungskasten. Diesen könnt ihr öffnen und mit einem Minispiel zum Laufen bringen. In diesem Minispiel müssen die Sicherungen nebeneinander immer die Zahl unter diesen zwei Sicherungen ergeben. Habt ihr dies geschafft, könnt ihr den Sicherungskasten aktivieren und der Ausgang öffnet sich. Beeilt euch jedoch, der Ausgang bleibt nicht für immer offen. Der Ventilausgang ist so ähnlich wie der Sicherungsausgang. Hierzu müsst ihr zuerst ein Ventilrad finden. Wenn ihr dieses habt, könnt ihr zum Druckbehälter gehen, der das Tor öffnet. Nach einiger Zeit öffnet sich das Tor von selbst. Aber Achtung, auch hier können die Familienmitglieder das Ventil wieder zudrehen, um den Druck zu verringern und das Tor zu schließen. Das waren also die vier Ausgänge. Ich hoffe das Tutorial hat euch gefallen. Dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Habt ihr noch andere Fragen, meldet euch gerne in den Kommentaren. Und bis dahin, gute Flucht! Bis zum nächsten Mal.